16 bis 18 können sie aber noch abbrechen nein es ist eine sneaky mission wir müssen nur 1-2 Kisten taggen das sollte okay sein auch mit nicht sneak klassen das klingt falsch oder? ja, beiden also kommen wir da aufs Dach auf ich sehe hier noch keine Kisten nur die eine da die waren aber froh schon auf dem Schlachtfeld die Kisten auch bevor man die mittlere Kiste da aktiviert ich muss die Sachen so austesten wenn ich die Mission nicht mache auch wenn es gerade nicht so gut aussieht lerne ich halt die ganzen Feinheiten nicht ist hier irgendwo eine weiße Kiste? nö oh, musst du so lange rechnen im Spiel äh ja, da ist nur der Schornstein ja, dann kann sie da aufs Dach um eine gute Aussicht zu haben auf Kisten in der Nähe also auf die Hauptkiste da aber auch ob hier irgendwelche anderen in der Nähe sind das da zum Beispiel könnte was sein äh, und er bleibt unten weil der Schroffende vom Dach eh nicht viel ansteigen kann wir hätten mit ihm aber auch ganz gerne volle Deckung können jetzt vielleicht durchs Haus durchhuschen bis? zur Hölle stimmt nicht mit dir achso das ist eine neue Art Truppe ähm ähm äh 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 Extract oil ich glaube ich glaube das ist echt keine schlechte Idee dass ich jetzt schon den anfordere und zwar hier wir können eventuell jetzt noch ein, zwei Runden kurz rausgehen und was holen aber danach sollten wir auf jeden Fall hierher wieder zurück und hier ist ein guter Punkt weil es halt hinter dem Haus ist also idealerweise vor der Deckung und der Gegner muss erstmal hinterher laufen also ja wir hätten gerne hier ein Evac in vier beziehungsweise fünf Runden so, jetzt töten wir ein, zwei Gegner und triggern dabei hoffentlich keinen neuen Trupp okay wir haben keinen Trupp getriggert wir haben Türme getriggert jetzt sagt man hoffentlich wenigstens das wird die Nervischen das ist ne eigentlich für einer nein ich würde mir gerne seine Stats und zwar angucken advent gunner wird mit F1 angezeigt äh feuer mittel das sah nicht wie ein Fehlschuss aus aber die können wir gleich richtig gut flankieren der Turm sieht uns hoffentlich nicht auf die Distanz doch boah sieht böse aus doch 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 kannst du du kannst sogar hier hingehen dann wirst du hoffentlich nicht mehr vom Turm gesehen flanke ist den regulären trooper ooooh warum ok 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 okay các sichtbar wir werden Wir müssen schnell gehen, wenn wir den Rest haben wollen. Das Problem, wenn wir jetzt irgendwie näher hier herankommen... Was für eine Reichweite hast du? Tod? Not, not, no. Ja, das trifft es ganz gut. Ich müsste eigentlich nachladen. Ich würde aber ungern... Volle Deckung... Volle Deckung sollte okay sein. Okay. Wir haben gelernt... Türme sind wirklich, wirklich garstig. Und bei der Mission... Das ist alles nicht passiert. Laden... Ja... Also, mit zwei Mann schaffen wir das nicht. Ähm... Eventuell mit einem Shinobi oder einem Shadow... Ja... Aber nicht so. Ah... Das heißt, wir brechen das ganze Ding jetzt ab. Wo ist das Ding? Da... Bord... 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 Gut... So... Das klingt super. Dann hätten wir gerne... Ja... Risk of being captured... Gefällt mir nicht. Schick, lieber Leute... Hier, Lance Corporal... Und Lance Corporal... Failure 4%... Nur, das ist okay. Firm... Äh... Wir haben jetzt 114 Supplies. Konnten wir uns dafür irgendwas tolles noch beim Black Market holen? Ich glaube, wir hatten noch einen... äh... Forscher... Jep... Dr. Andy Adams... Confirm... Accept... Und... Very Interested... Nee, nee, nee... Der Rest bleibt so wie es ist. Äh... 74 Intel reicht nicht... Hierfür... Außer brauchen wir trotzdem noch Intel für... Ne... Mission, die wir vielleicht auch schaffen können gleich. Ich bin sicher, dass ihr die Ergebnisse wie ich finde, Commander. Die Sektoide's rapid physical evolution in den letzten 20 Jahren... Hm... Genau wie wir... Genau wie wir... So... Continue... Mind Shield ist super gegen Panik... Mind Control Stun und Disorientation... Das... War mir so nicht bewusst... Das ist wirklich nur gegen Mind... Äh... Aber es braucht halt einen Slot, ne... Und wir müssen erstmal das Gebäude haben, um die Gegenstand herzustellen... Und die Gegenstand selber braucht wahrscheinlich auch Ressourcen... Wir können... Das Faceless Ding autopsieren... Eigentlich will ich nur das da... Render Advent Troop macht zwei Alloys... Ja... Ich... Das ist eine wichtige Aufgabe, Commander. Das wird ein wichtige Schritt weiter sein. Kann ich das irgendwie in größeren Mengen einstellen? Klärt. Da sind auch 11 Alloys. Sehr schön. Wir wollen immer noch kein Proving Ground bauen. Wir wollen euch weiter runter schicken. Was gibt es hier? 54 Supplies und 22 Alloys. Beginne Exploration. 23 Tage. Wenn er in zwölf Tagen fertig ist, kommt er dazu und dann passt das raus. Wo ist es? Da ist es. Ja. Problem dabei ist allerdings, wir können jetzt die Rüstung selber erforschen, aber wir haben da nachher keine Alloys, um das eigentliche Ding zu bauen. Ja. Oh, mehr als zwei Tage. Komm, mehr als zwei Tage. Fünf Tage, 16 Stunden. Halleluja. Recovered Item from the Earthen Forge. Und Find Elite. Das ist vage, aber ist mir vollkommen egal. Fünf Tage, 16 Stunden. Konfirm. Wir können den ganzen Trupp hinschicken. Und hätten nur 7 bis 9 an das Boosten. Nein. Alternativ kicken wir raus. Ähm. Farsack hätte ich ganz gerne dabei, wegen seinem High Intelligence Blah. Granite Launcher, Gauntlet, Gauntlet. Die sind toll. Schwertkämpfer. Ne, du kannst mal zu Hause bleiben. Du kannst zu Hause bleiben. Luki ist okay. Heavy ist nicht unbedingt vorteilhaft. Und so sind wir jetzt bei 7 bis 9. Okay. Okay, haben wir noch Mad Packs. 2 Mad Packs. Wir haben nur eine davon. Wo sollst du denn eine Sold bekommen? Hm? Ja. Wir haben keine Sold. Nö. Okay. Du darfst auch noch Mad Packs haben und für mindestens zwei Leute haben Mad Packs, sonst geht der schnell in die Hose. und weißt du was parsec du kriegst die nanos gegen bist du dich gleich umkippst in deinem brain wir sind jetzt fünf man superiore defense neue mission ich glaube wir haben kein sergeant okay staff sergeant gainability point neun prozent fehler chance haben wir also wo ich das nicht haben wir noch was höheres ja haben 3 prozent fehler chance das gibt 20 über die points jedem oder wie sechs tage das können wir nicht ignorieren das ist jetzt eine ratsmission richtig oder es ist schon wieder monatsende ja das ist nah da Coutinho. Ja, ich kann nichts auswählen. Ich kann keine Chosen Chosen. Und irgendwelche Dark Events, die ich nicht sehen kann, passieren. Oh, 97. Ja. Gib mir Zeug. Einen Tag. Okay, stopp. Wir haben 103 Supplies. Wir haben den 12. und der Monat ist rum. Irgendwas ist hier ganz, ganz komisch. Ähm... Ich kann Kontakt machen. Oh, das dauert eine Weile. Ich flieg mal kurz zum Schwarzwald, um zu gucken, ob jedes Mal, wenn jetzt so eine Ansage von dem da kommt... OFA ist alle zwei Wochen. Ja, wir könnten neun... Äh, Scientists dazu nehmen. Also alle zwei Wochen anscheinend. Eine Bewertung. Hm... Je schneller, je mehr Forschung, desto besser. Ja. Äh... 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 Wir brauchen halt auch Geld für die Rüstung wahrscheinlich. Die wird nicht nur Alien-Aloys kosten, sondern auch so Supplies. Langfristig denken. Go. Kurzfristig sterben. Oder wie war das? Advin Trooper. Elite Suppressor. Ne, das sollte ich ausrüsten. So ein, zwei davon verkaufen. Die können wir zerlegen für zwei Alloy. Außen muss es klicken und labern mit dem jedes Mal nervig. Also hier. Klicks zwei. Jetzt kann es Kontakt machen. Also nach dieser... Na nun? Also wir sind da bei 100%, aber es ist noch nicht zu Ende. Weiter. Jetzt kommt wieder das mächtige Nicken. Um Dominanz zu zeigen. Er muss zuerst nicken. Und männlicher nicken. Jo, sehr gut. Vigelo Confido. New Income, null Supplies. New Regional Contacts located. Wir wollen nicht in die Arktik. Und wir wollen nicht nach Australien. Wir bunkern uns hier in Amerika erstmal ein. Du... Intel, Intel, Intel. Nein. Supply. Supply. Recruit. 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 Haven Advisor. Immer ein Haven Advisor. Und ich gebe euch... Und ich gebe euch... ein Sharp-Shooter. Tüvien. Viel Spaß in Nordwestamerika. So. Was ist eigentlich mit denen hier drüben? Ich glaube, die sind nämlich... Nicht tun. Da steht in einer von denen schon voll. Dann könnten wir eventuell... Chavez. Sobald das hier voll ist. Ich weiß nicht, wie viele hier reinpassen. Könnten wir aufhören zu rekrutieren. Ich glaube, ich höre mal auf zu rekrutieren mit ihm. Gehe hier auf Hiding. Um die Advanced Strengths einfach runter zu bringen. Warum heidet ihr? Supply. Recruit. Recruit. Muss ich echt Micromanaging-Dinger hier? Intelligent Supply. 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 Recruit. Das ist okay. Hast du auch einen Haven Bloop-de-Woop? Ja. Ihr habt alle einen Haven Bloop-de-Woop. Habt ihr. Okay. Dann... Ist die Rüstung gleich fertig? Ich glaube, seit das funktioniert, wir könnten es gut halten, Commander. Okay. Die drei... Ihre Sicht kann ich nicht mehr merken. Alessia Petashi. Wir könnten die Älteren mit Überraschung nehmen, wenn wir unsere Taktiken aufnehmen. Vielleicht sollten wir etwas Neues versuchen. Nein, das ist ja so weiß. Also... Die Sachen hier sind super. Äh... Friedrich... Und... Ne... Den Reaper hätte ich gerne... Bereitschaft... Wir schafft... 12%... Nein. Okay. Muss das ja schon ein Corporal sein. Ati... 2%... Ne, der Ati wollte ich gerade checken... Wegen den Ability Points. Wobei... Kann ich das hier nachgucken? 2%... Gut. Ja. So... Virus Soldier... Ati... Du hast jetzt 20 Punkte bekommen. Wir können das aber noch nicht einsetzen, richtig? X, P 20. Ne. Okay. Die Reapers haben keinen Interesse in der Welt in eine neue Welt. Nicht unter meiner Sicht. Die Aliens haben alles aus der Menschheit genommen und wir wollen es zurücknehmen. Oh... Können wir das rollen? Ah... If you did not attack this turn, hunker down automatically. Das sind das mit Overwatchen und hunker down. Und das können wir wahrscheinlich mit den XCOM Punkten holen. Und mit den Soldier-RP holen wir dann die Dinger hier doppelt und dreifach? Na gut, müssen wir das testen. Aber ich denke, wir brauchen erst die Akademie oder was auch immer das heißt, bevor wir die Punkte ausgeben können. Raus... Raus... Jetzt die Rüstung. Oh? Okay, jetzt keine Rüstung. Jetzt machen wir die leichte Mission. Launch. Also die leichte Mission mit 5 Einheiten gegen 7 bis 9. Das wird mir ewig im Kopf bleiben, was die XCOM angeht. Dieses... 5. Ah, das ist gar kein Problem. Wir können einfach reinlaufen. Ja, ja, genau. Nein. Wir gehen das seriös an. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Okay, wir haben 10 Runden Zeit. Das ist jetzt nicht so mega viel. Okay. Entstanden. Mögenheit. Das sind nicht so viele Abzweigungen, hm? Das sind nicht so viele Abzweigungen, hm? 2 Motor Watch, aber das sollte reichen. Warte mal, du hast... Biggest Boom? Nee, egal. Hatte hier noch Sonderfähig... Nein. Du bist ein ganz frischer. Nix im Osten. Nix im Westen. Wird wahrscheinlich eh nicht sein können. Wo seid ihr? Oh, wir müssen halbwegs spurten, um da hinzukommen. Aber wenn ich jetzt vorsprinke, tricke ich bestimmt was, oder? Nein. Okay. Dann kann der Rest auch vor. Nee. Ein... Ein Overwatch. Kann ich schauen. Ever Vigilant. Genau, Parasic. Wenn du Sprintest, hast du auch nochmal schon Overwatch. Aber es ist mega praktisch. Das heißt, wir könnten ihn einfach hier irgendwo hin sprinten lassen. Dann Overwatch steht da rein. Aber da scheint was zu sein. Entstanden. Moving out. Das ist nur für viele. Wir haben eine Anzeige. Moving to Position. Affirmative. Moving out. On the move. On Overwatch. Overwatch. Scamming. Scamming? Keine Zeit. Muss Leute verarschen. Affirmative. Covering now. Got movement here. One. Iike. Es ist. Es ist.